Ja, meine lieben YouTube-Kollegen, da sind wir wieder mal auf YouTube, Gallus Ottiger und da hinter mir steht der Oli. Der Oli ist ein Rappbauer hier in Birmestorf, im Kanton Aargau übrigens, und die haben ein wunderbares Fest. Und, Oli, machen Sie das alle Jahre? Nein, das Rapphäusli-Fest ist alle zwei Jahre hier bei uns in Birmestorf. Bei uns ist es ganz besonders, in unserem Rapphäusli Nr. 5, und es ist ein fein original Walliser Rapp. Salzi, hast du gehört, da, schau mal, wir drehen uns. Genau. Und wenn du jetzt da hochschaust, schau einen Gruß zum Salzgeber, schau da oben, da oben tut deine Flagge wehen. Genau. Und ja, wenn du mal Zeit hast in zwei Jahren, komm doch da runter. Und wir wünschen euch allen noch einen ganz schönen Sommer, euren Gallus Ottiger.